Liebst du mich? fragte Alice. Nein, ich liebe dich nicht, antwortete das weiße Kaninchen. Alice runzelte die Stirn und verschränkte die Arme, wie sie es immer tat, wenn sie verletzt war. Siehst du, antwortete das weiße Kaninchen, jetzt wirst du anfangen, dich zu fragen, was dich so unvollkommen macht und was du falsch gemacht hast, dass ich dich nicht wenigstens ein bisschen lieben kann. Weißt du, genau deshalb kann ich dich nicht lieben. Du wirst nicht immer geliebt werden, Alice. Es wird Tage geben, an denen andere müde und gelangweilt vom Leben sind. Mit den Kopf in den Wolken schweben und dich verletzen werden. Denn so sind die Menschen. Sie verletzen sich irgendwie immer gegenseitig, sei es durch Unachtsamkeit, Missverständnisse oder Konflikte mit sich selbst. Wenn du dich nicht wenigstens ein bisschen liebst, wenn du keine Rüstung aus Selbstliebe und Glück um dein Herz bildest, werden die Ärgernisse, die andere verursachen, tödlich und zerstören dich. Als ich dich das erste Mal sah, schloss ich ein Pakt mit mir selbst. Ich werde vermeiden, dich zu lieben, bis du lernst, dich selbst zu lieben. Ich werde vermeiden, dich zu lieben,